So, ich bin es nochmal mit einem ganz kurzen Tipp für Leute mit kleinen Fingern bzw. auch mit großen, langen Fingern. Also selbst für diese ist es wahrscheinlich unmöglich, gemütlich an die oberen Apps zu gelangen bei dieser Bildschirmgröße. Und zwar kann man hier trotz allem, trotz fehlendem Homebutton, tipp, tipp, sich das Ganze runterziehen. Das muss einmal aktiviert werden und dann könnt ihr hier unter, unter dieser Leiste quasi, so hier unten zweimal tippen, tipp, tipp und dann das Ganze runterziehen. Und aktivieren könnt ihr das, indem ihr auf Einstellungen geht. Ihr braucht die neue Version, das ist 11.1. Dann geht ihr auf Allgemein, Bedienungshilfen und aktiviert dann hier diesen Einhandmodus. Das ist ganz wichtig. Und dann klappt das auch. Könnt ihr einfach, wie gesagt, hier tipp, tipp runterziehen und kommt dann halt überall ran. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Viel Spaß, haut rein!